Hi, ich bin der Johannes, wie ihr das bereits von der Internetseite Landwirte-Landwirte-Landwirte-Grundonline kennt, stellen wir dort Berichte über die moderne Landwirtschaft in Lemberg hoch. Heute möchte ich euch mitnehmen zu einem besonderen Thema, die Geburt eines Kalbes. Dort findet ihr auch den passenden Text dazu. Viel Spaß dabei! Untertitelung des ZDF, 2020 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 UNTERTITELUNG 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 Das war's. Das war's.